Ein Super-GAU oder ein unterkritischer Atomunfall kann jeden Tag passieren. Aber auch der laufende Betrieb belastet die Umwelt mit Radioaktivität. Der hoch- und mittelradioaktiv verseuchte Müll wird noch Zehntausende von Jahren strahlen. Mir liegt einmal am Herzen die Energiewende und das Erreichen der Klimaziele hin zu erneuerbaren Energien. Als Linke fordern wir, alle AKWs abzuschalten. Schluss mit dem Risiko eines Super-GAUs. Wir brauchen weder Kohle noch Uran und auch in Zukunft kein Gas mehr. Wir brauchen die erneuerbaren Energien. Und natürlich möchte ich, dass die Atomkraftwerke in Europa abgeschaltet werden. Dafür werden wir streiten für eine Energiewende mit erneuerbaren Energien in Bürgerhand und ohne die Energiekonzerne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017